hallo und willkommen zurück bei einer neuen folge fallgeist wir fallen gerade noch ein bisschen und es geht los mit dem tundra lauf hat mir hat mir nicht gerade immer auch schon weiß es gar nicht mehr ich werde alt alt und vergesslich viel verlagten wir die karte schon ich weiß jetzt nicht auf heute mittag gerade eben wann auch immer du 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 wir werden uns doch jetzt wohl qualifizieren jetzt geht doch mal leute geht doch ich brauche auf jeden fall ist vorgabe ich gesagt man kann petrick holen man brauche 800 von den von den regenbögen punkten was da so immer welche sind ich habe 200 das heißt ich muss ein bisschen spielen ich will petrick ich weiß gar nicht ob das jetzt eine einmalige aktion ist hat mal gestanden irgendwas mit acht stunden aber ich glaube das war nur prozenten jetzt wieder puzzle kommt das gibt es gar nicht jetzt ist jede zweite runde immer nur puzzle so so jetzt habe ich gar nicht ja jetzt habe ich nicht aufgepasst so ist schon los gegangen da der bin ich wieder der erste wie gesagt es hat mich mit den vierecken hat mich am anfang ein bisschen irritiert aber seitdem ist he going Ja, vielleicht schaffen es diesmal ja alle. Das letzte mal war es glaube ich auch so. Da hat es glaube ich sogar auch geschafft. Ah, es wird knapp noch 20 Sekunden. Kommt noch einer. Geschafft. Ja, dann sind wir nur noch 17. Die gute alte Blockparty, die hatten wir gestern in der Aufnahme glaube ich auch. Das werden wir wohl auch nur schaffen. Ja. 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 Und es erwischt sein. Nein. Haben nochmal alle geschafft. Ich erinnere mich, da bin ich kaputt gegangen gestern. Weil ich da irgendwie ziemlich blöd dagegen gelaufen bin. Genau so. Nein! Ist das hier schon das Finale? Ist ja der letzte? Ja komm, jetzt musst du es schaffen, sonst hat gar keiner gewonnen. Ja und jetzt? Tada! Ja, da würde ich sagen, haben wir doch mal ein schönes Unentschieden erreicht. Hatten wir glaube ich so auch noch nicht. Da oben die 200 Punkte, so welche brauche ich für Patrick. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!